Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es gibt heute wieder ein Haul vom Kreativfalter. Irgendwie habe ich hier geführte 10 Bestellungen liegen, die ich bei ihr abgegeben habe. Irgendwie habe ich euch dabei gar nicht mitgenommen. Das holen wir jetzt auf jeden Fall einmal nach. Es gab letztes Wochenende ein Riesenshop-Update und noch ein Special zu Zauberei und so. Da kommt natürlich auch ein Video. Shop ist aber wie immer unten verlegt. Als allererste zeige ich euch hier noch einmal den ATC-Bogen Neon-Regenbogen. Den hatte sie extra für den Neon-Tausch bei mir gemacht. Und ich zeige euch einmal, wie meine Neon-ATC dazu aussah. Da habe ich einmal diese ATC draus gemacht. Hier seht ihr schon, ich habe den ausgestanzt. Teilweise habe ich ihn aber auch ausgeschnitten. Also die unteren drei habe ich gestanzt und den Rest habe ich geschnitten. Und da habe ich, ich glaube, Nachtfalter heißen die Motten von ihr, draufgeklebt und diese tolle ATC gebastelt. Ich mag sie zumindest ganz gerne. Und ja, das ist einmal der ATC-Bogen. Ihr kauft quasi immer neun Stück. Und bei den ATC-Bögen gibt es noch eine zehnte gratis dazu. Wir bleiben mal beim Thema Neon. Ich fand das nämlich tatsächlich auch ganz passend. ATC-Bogen, bunte Mauer. Finde ich sehr, sehr schön. Mag ich total gerne. Und ja, die habe ich mir einmal geholt. Aber auch die, da bin ich nicht dran vorbeigekommen. ATC-Bogen, Winterblumen 3. Ich zeige euch die auch nochmal so. Also die kann man so benutzen. Oder seitlich. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, die Winterfedern. Die sind nämlich, glaube ich, aus dem Shop rausgegangen. Die gab es in der Weihnachtsbestellung einmal gratis für alle, die zu Weihnachten bestellt haben. Und ja, die Winterfedern 1 finde ich richtig, richtig schön. Die habe ich auch direkt mehrfach bestellt. Den fand ich tatsächlich auch sehr schön. Das goldene Herz. Im Hintergrund dieses schöne blaue Weiß. Dann ist schon gesprenkelt drumherum. Und dann diese schönen großen Herzen. Richtig schön. Kann man gut zum Muttertag benutzen. Meiner Meinung nach. Aber natürlich auch zum Valentinstag, wenn man da extra bastelt. Und dann kommen wir jetzt zu den letzten zwei ATC-Bögen, die ich neu habe. ATC-Bogen Rosengruß. Naja, ihr seht schon, ne? Total vintage. Mit Schrift im Hintergrund und Blumen. Da komme ich natürlich nicht dran vorbei. Genauso wenig wie hier. Der ATC-Bogen Frühlingsblumen 1. Seht ihr das, wie schön die Blumen sind? Und das könnte man theoretisch wieder so benutzen. Aber natürlich auch so. Und hier könnte man auch einen tollen Frühlingsspruch hinstempeln. Finde ich auch sehr schön. So, das waren einmal die neuen ATC-Bögen. Machen wir mal ein bisschen Platz. Dann gab es zwei Sheets Wellum als Goodie für mich. Einmal so ein metallisches Wellum, was ich sehr schön finde zu Weihnachten. Wie gesagt, das liegt hier auch schon ein bisschen. Und dann einmal mit schwarzem Wellum. Und auch das finde ich tatsächlich sehr schön. Auch dieses Ho, Ho, Ho. Sehr coole Goodies. Die packe ich mal auf den Goodie-Haufen. Dann haben wir hier noch einen Tee mit einer kleinen Klammer. Vielleicht war auch noch was anderes reingeklammert. Ich habe mir natürlich die Sachen schon einmal angeguckt. Dann gab es auch noch was zu snacken. Dann haben wir hier... Was haben wir hier? Ich glaube, es ist ein Kugelschreiber. Also einen hellblauen Kugelschreiber. Kann man auch immer gebrauchen. Und hier ist noch so eine kleine Tasche mit Goodies. Gucken wir doch mal. Ach süß. Guckt mal. Da haben wir wieder tolle Tags für einen kleinen Spruch. Die haben bei mir tatsächlich auch schon eine eigene Aufbewahrung bekommen. Alles schön ordentlich. Ein paar sind in weiß und ein paar in creme. Dann haben wir noch Blümchen und Herzen. Und so kleine süße Knöpfe. Und hier sind Stickerchen drin. Die zeige ich euch natürlich auch. Einmal die Gans. So einmal. Hier haben wir ein Hasenmädchen. Guckt mal. Das ist doch süß, oder? Wieder Hase und Fuchs sich umarm. Richtig putzig. Dann haben wir noch ein Reh und zwei weitere Blümchen. Also auch sehr süß. Wir machen da einfach mal weiter. Guckt mal. Hier haben wir eine kleine Winterbox. Ach cool. Hier ist so ein... Naja, normalerweise sind das Nagelfeilen. Aber damit kann man natürlich auch das Papier schön abfeilen, wenn man irgendwo noch so Kanten hat. Das Papier so richtig schön glatt feilen. Seht ihr das? Ja, ich glaube man hat das ganz gut gesehen. Und in der Größe ist das natürlich auch sehr cool. Und die Box ist natürlich ein Träumchen. So, wir sind auch gleich fertig mit den Goodies. Hier haben wir noch so einen süßen Umschlag mit Banderole. Die mache ich mal ab. Guckt mal, wie schön. Ach süß. Schaut mal. Da kann man, glaube ich, guten Gutschein reinstecken. Und da habe ich jetzt meine Goodie 80s Stanzteile drin. Auch großartig. Ach süß. Guckt mal. Eine kleine Winterfee. Natürlich total meins. Die sind auf jeden Fall auch bei mir eingezogen aus dem Set, wo sie rausgehören. Dann haben wir hier noch zwei Schmetterlinge in so einem Watercolor. Okay, das ist ja witzig. Ein Dino auf so einem... Wie heißt denn das? Auf einem Quad ist das, glaube ich. Ist das witzig? Okay. Den kleinen Zottelschafi, der ist letztens auch bei mir eingezogen. Oder vielleicht auch in der Bestellung. Ich weiß nicht, welche Bestellung ich euch gerade zeige. Und Tiger Nala, glaube ich. Die habe ich auch. Dann sortiere ich die auch tatsächlich direkt in das Set rein, wo es hingehört. Sehr coole Stanzteil-Goodies. Und noch einmal das Wort Danke. Sehr cool. Und hier habt ihr dann nochmal diese tolle Gutschein auf Bewahrung. Die kann man auf jeden Fall nochmal gut weiterverwenden. So, und bevor ich es vergesse. Das ist ja von der lieben Nicole von Knuffeline. Die hat ganz viele Wachssiegel an die liebe Martina geschickt. Also manchmal ist mein Kopf auch tot. Guck mal. Die ist ja süß. Danke. Und dann sind das hier alles ausgestanzte Weihnachtspapiere. In so einem Briefmarken-Format ist das süß. Und diese tolle ATC ist von der lieben Claudia. Das Motiv kenne ich auch. Oh, herrlich. Richtig toll. Irgendwie sind hier gar nicht alle Sachen im Bild. So. Schon besser. So. Und jetzt habe ich ganz viele Stanzteil-Sets. Wenn ich ganz viele sage, dann meine ich auch ganz viele. Ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem Set einmal an, damit da die Fronten schon geklärt sind. Das ist mein Design-Team-Material. Das heißt, das hier habe ich umsonst bekommen. Alles andere habe ich mir ganz normal gekauft. Die kriegt sie auf jeden Fall wieder zurück. Die Tüte fürs nächste Mal. Hä? Leute, hier stimmt was nicht. Hier sind vier Sachen drin. Ich suche mir immer nur drei aus. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Und wir fangen mal mit den beiden an, weil da weiß ich, dass ich sie ausgesucht habe. Wir fangen mit dem kleinen an. Blumengrüße mit Liebe. Die sind so knuffig. So, so knuffig. Das sind die kleinen Größen. Und auch da ist das Hintergrundpapier wieder so schön. So, ihr Lieben, schaut mal. Hier habe ich sie euch nur einmal hingelegt. Das ist die kleine Katze, die ich im Goodie-Set hatte. Klein ist relativ. Guckt mal. Da habt ihr dann einmal den perfekten Größenvergleich. So, und dieses Stanzteil besteht aus 20 kleinen süßen Knuffelduffels. Eins hat immer Blümchen in den Händen und das andere freut sich total. Und das ist doch mal unfassbar süß, oder? Ich habe euch mal zum Größenvergleich hier eine ATC hingelegt und hier den Aufleger. Also man kann da auch so eine süße Szene rausbasteln, so mäßig. Hey, ich schenke dir Blumen und hey, ich freue mich. Oder man macht halt nur einen rauf und macht noch so einen Blumen für dich. Und fertig ist der Lachs. Mega großartig. Super, super, super süß. Da war ich wirklich schockverliebt. Das ist das Set Blumengrüße mit Liebe. 20 Stück. So, und passend dazu habe ich mir noch dieses Set ausgesucht. Blumenliebe. Also Blumengruß mit Liebe ist das kleine und Blumenliebe ist das große Set. Hier haben wir auch 20 Stück drin. Und hier habt ihr jetzt nochmal den direkten Vergleich, ne? Von der Größe her. Also aus diesem Set ist die kleine Katze. Tada! Da haben wir sie. So, und ihr seht schon, das ist das Set einfach nur ein bisschen größer, aber auch mit anderen Tieren. Also manche Tiere gibt es in beiden Sets, so wie die kleine süße Katze. Das ist dieselbe. Aber den Waschbär und den Koala und so haben wir im anderen Set nicht. Und ich finde beide so, so süß. Wirklich, da war ich so richtig schockverliebt. Wenn Sachen ausverkauft werden könnten, hätte ich auch direkt das Video pausiert und die geshoppt. Ich fand die so putzig. Guckt mal, die sind doch wirklich süß, oder? Und echt hier, ne? Mach anderen eine Freude und dann die beiden, wie er ihre Blumen schenkt und wie sie sich darüber freut. Oder andersrum. Aber super putzig, oder? Also, wirklich, schockverliebt. Sagt mir bitte, dass ihr die genau so süß findet, wie ich. Ich kann nicht mehr, wirklich. Hammer. So, und in das Set zieht jetzt die kleine Katze mit ein. Ah, herrlich. So, dann haben wir die ersten zwei Sets. So, und hier sind jetzt noch zwei, aber ich habe mir nur noch eins mit ausgesucht. Welches drehen wir zuerst rum? Das alte Set. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist aber knuffig. Einhorn-Mädchen-Ruby. ATC-Größe zwölfteilig. Thank you. Dann gehe ich mal davon aus, liebe Tina, du verrückte Nudel, dass das noch ein Extra-Geschenk für mich ist. Ach, ich freue mich. Guck mal. Ach, hey, 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 hey. Hey, hey, hey. So, keiner wird zurückgelassen. Ist das knuffig. Und man muss ja sagen, ich hatte ja am Anfang so meine Probleme mit Einhörnern. Aber umso länger ich bastel, umso mehr freunde ich mich mit denen an. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass ich so fantasy-mäßig total unterwegs bin. Und naja, da kommt man ja auch nicht wirklich an Einhörnern vorbei, wenn wir ehrlich sind. Ach, süß. Das ist mein Highlight. Guckt mal auf dem Luftballon. Ach, wie episch. Ach, ist das toll. Ach, der ist ja auch süß mit dem Mond. Knuffig, knuffig, sage ich euch. So, ihr Lieben. Die haben so einen leichten Lila-Stich. Ich finde die richtig, richtig knuffig. Und auch hier mein kleinen Fratz. Ne, das passt wunderbar. Und man muss ja auch nicht mit einem Aufleger arbeiten. Ich finde das sogar so eine ganz schöne Farbkombi. Hm, mal gucken. Aber die sind ja wirklich sehr knuffig. Mit diesen Herzchen an den Wangen und am Popo. Danke, Tina. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Und dann kommen wir jetzt zu meinem dritten ausgesuchten Set. Und zwar wird es osterlastig. Hasi sagt Hallo. Hasi sagt Hallo. Sind wieder 20 Stück und es ist so knuffig. Da bin ich nicht dran vorbeigekommen. Ich zeige sie euch. Ihr Lieben, seid ihr bereit? Ist das nicht süß? Hasi sagt Hallo. Richtig knuffig. Also es ist auch ein riesiges Set. Ich zeige euch aber auch mal, auch das größte Standsteil passt noch auf eine ATC. Und da könnte man sich überlegen, wartet mal kurz. Ne, also, dass man so die Fötchen über den Aufleger rauflegt. Finde ich auch eine super knuffige Idee. Ne, und das kann man natürlich mit allen machen. Auch hier mit dem kleinen Fratz. Dass er dann so ein bisschen auf die ATC rüber guckt. Wisst ihr, was ich meine? Und dafür brauchte ich einen geraden. Das klappt hier mit dem geriffelten nicht so gut. Also wirklich so, so niedlich. Und ich liebe Ostern. Das kann ich vielleicht einfach mal so spoilern. Ich finde Hasen richtig putzig. Und ich finde Ostern einfach schön. So, also Hammer, oder? Und wie gesagt, kann man auch quer machen. Oder man benutzt es für eine Karte. Das geht natürlich auch. Und ich weiß nicht, ob das in dieser Bestellung ist. Ja, ist das in dieser Bestellung. Es kommen noch Ostersachen, ihr Lieben. Und sie hatten wir versprochen, es kommt auch noch was dieses Jahr. Weil vielleicht könnt ihr euch ja merken, dass ich Ostern mag. Nur so als Idee mal in den Raum geworfen. Keine Ahnung, was ihr jetzt mit dieser Information anfangen sollt. Aber vielleicht hat der ein oder andere den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Aber um dieses knuffige Set bin ich wirklich nicht drumherum gekommen. Richtig, richtig goldig. So, das Set heißt, Hasi sagt Hallo. So, der kleine Fratz. Und jetzt kommen wir wieder zu Sets, die ich ganz normal bezahlt habe. Da wir gerade bei Ostern waren, dachte ich, machen wir mit Ostern direkt weiter. Hasis Ostertaschen Spaß. Das hier sind 14 Stück. Ich breite sie wieder für euch aus. Guckt mal bitte, wie knuffig sind die denn, oder? Hier unten haben wir zwei Hasis in unterschiedlichen Taschen. Also einmal braun und weiß. Und das andere sind alles so Jeans Taschen. Richtig, richtig süß, oder? Könnte ich mir auch auf so einem Osterkörbchen gut vorstellen. Wo man dann seine Ostereier da reinpackt oder auch für die Kinderchen und die da nochmal so raufklebt. Also ich bastle sowas nicht, weil ich habe einfach keine Kinder in meinem Umkreis. Aber es ist doch super süß, oder? Oder so ein kleiner Ostergruß, so einen kleinen Tag. Wartet mal. Guckt mal, so ein kleiner Tag. So. Und dann einfach nur an die Schokolade, die man verschenkt dran. Ist auch gleich viel schöner. Ich würde das noch wieder ein bisschen inken, vielleicht so ein bisschen an den Rand setzen und hier so ein frohes Ostern. Oder Eiersuche oder what auch immer. Hammer. Finde ich mega. Richtig, richtig knuffig. Und wie gesagt, Ostersachen brauche ich sowieso. Oh nein, ihr Babys, guckt mal. Ich habe hier einen Hasi verloren. Den müssen wir aber gleich mal erstmal wieder richtig wegpacken. So, kleiner Mann. Kommst zu deinen Freunden. Ach Leute, ich weiß gar nicht mehr. Hier ist noch so viel. Oh, ich habe jetzt schon über eine halbe Stunde aufgenommen. Egal, wir machen erstmal. Wir machen hiermit mal weiter. Kennt ihr schon die neue Ecke in ihrem Shop? Wenn weg, dann weg. Da gibt es die Sachen mit Rabatt. Und hier habe ich etwas gekauft. Ja, es ist eher Jasmin-Untypisch. Weiß sind Hunde. Bulli Sunny. Acht Stück. ATC Größe. Aber vielleicht habe ich ja einen Kollegen mit so einem Hund, der sich vielleicht mal über eine Karte von mir freuen darf. Deswegen habe ich die geholt. Und mit dem machen wir erstmal weiter. So, und guckt mal. Da haben wir den kleinen Fratz. Also ich bin ehrlich, ich kann dem Hund jetzt nicht so viel Süßes abgewinnen. Aber die Stanzteile passen natürlich total. Und jeder, der diese Hunde mag, wird auch diese Stanzteile total mögen. Also bin ich froh, dass ich sie habe. Und wie gesagt, da habe ich auch schon ein Projekt, wofür ich sie brauche. Und ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, ich habe sie sogar zweimal gekauft. In dieser Bestellung und ich glaube, in der Bestellung danach habe ich sie auch nochmal bestellt. Weil ich dachte, oh, die passen ja toll. Muss ich ja eh zu basteln. Und ich glaube, ich habe sie tatsächlich zweimal. Ihr werdet es sehen in einem anderen Video, wenn ich sie euch nochmal zeige. Dann habe ich sie zweimal gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Aber im Angebot muss man ja auch zuschlagen. Sonst geht das ja nicht. Bully Sunny habe ich mir einmal im Angebot geholt. Und die Hauselfenbande, zwölf Stück. Die habe ich letztes Jahr auch einmal bekommen von ihr. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das Design, ob das eine Überraschung für mich war. Ich glaube, das war eine Überraschung für mich. Wenn ich das jetzt mal so ganz salopp sagen darf. Und die habe ich benutzt für meinen Mystery-Tausch. Also für meinen magischen Tausch quasi. Habe ich diese Hauselfenbande benutzt. Und ich fand die so cool. War jetzt ganz erschrocken, dass sie im Ausverkauf waren. Aber ich glaube, die sind nur in Creme im Ausverkauf. Weil sie hat ja jetzt kaum noch Cremestanzteile, wenn nicht sogar alle rausgenommen. Deswegen glaube ich, die sind nur in Creme im Ausverkauf. So ihr Kleinen, guckt mal. Da haben wir sie. Und den hier seht ihr hier auf der ATC. Das war meine magische ATC. Und ich finde die echt knuffig. Wisst ihr warum? Weil die so hässlich knuffig sind. Wisst ihr? Die sind nicht so niedlich wie eigentlich alles, was ich sonst habe. Sondern so richtig hässlich, knuffig, süß. Ja, wahrscheinlich kann das jetzt überhaupt keiner verstehen, was ich meine. Aber ja, das habe ich damals schon gesagt. Und ich finde die einfach klasse. Und wie gesagt, da glaube ich tatsächlich, die sind nur in Kraft rausgegangen. Da ich sie inke, fällt das mehr oder minder sowieso nicht auf. Und naja, dadurch gab es Rabatt. Und meine habe ich alle aufgebraucht. Ich habe also gar keine mehr davon gehabt. Deswegen passt das sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Wir haben noch gerade über Mystery gesprochen. Dann kommt auch wieder ein Set, da steht einfach mein Name drauf. Und ich glaube, die liebe Tina macht das auch extra wirklich. Bei jedem Update ist irgendein Set drauf, was ich sehe und mir so denke, Oh, da steht mein Name drauf. Oh, wie toll ist das denn? Und hier haben wir die Feenleuchten im Glas. Neun Stück sind das. Und das sind so kleine, süße Feen in so einem Glas. Und ich liebe alle Glasstandsteile. Ich habe auch, glaube ich, alle. Also wenn es die in kleinen und in groß gibt, habe ich sie meistens nur in einer Größe. Und jetzt hat sie davon welche mit Pilzen rausgebracht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die direkt zweimal bestellt habe. Aber die habe ich direkt zweimal bestellt. Ich, ähm, ja, ich hält. Aber guckt mal, wie genial sehen die denn aus, oder? Ich liebe sie. Ich liebe Feen. Ich liebe diese Gläser. Und dann sparkelt das noch so schön. Es ist einfach toll. Richtig toll. Das, glaube ich, mag ich mit am liebsten. Wobei das auch wunderschön ist. Und das auch. Ich mag die alle. Ich kann mich nicht entscheiden. Toll, oder? Das ist so richtig süß. Ich glaube, wir machen nur noch süße Themen beim LTC-Tausch. Süß ist einfach total meine Welt. Aber ja. Ne? Also, Stanz-Set, Feenleuchten im Glas. Richtig, richtig knuffig. Ich glaube, ich muss bald auch einen eigenen Reiter machen. Nur mit Glas-Stanz-Teilen. Apropos neuen Reiter. Interessiert euch das, wie ich meine Stanzteile von der lieben Tina aufbewahre? Also, wie ich die sortiert habe und wo ich die habe und wie ich das mache? Interessiert euch das? Dann müsst ihr mir das mal bitte in die Kommentare schreiben. Dann würde ich euch darüber vielleicht auch mal ein Video abdrehen. Und dann könnten wir uns ja vielleicht sogar mal alle Stanzteile angucken. Wir haben ja auch letztens im Live uns meinen Orten angeguckt mit allen Stempeln von Create a Smile. Das kam ja auch ganz gut an. Dann könnte ich das tatsächlich auch mal mit meinen Stanzteilen machen von der lieben Tina. Was haltet ihr davon? Ich finde das gerade eigentlich eine ganz coole Idee. Also, da bin ich jetzt tatsächlich mal auf euer Feedback gespannt. Und auch angewiesen. So, dann kommt jetzt nochmal ein super niedliches Set. Da bin ich auch nicht dran vorbeigekommen. Die Knuffelpuffels. Hammer oder Hammer. Zehn Stück. Und ich zeige die euch. Die sind so süß. Guck mal, ich kann das auch so machen. Dann seht ihr auch die ganze Zeit, wie das Set heißt, Mensch. Auf die Idee bin ich natürlich früh gekommen. Ihr Lieben, ich habe eins zu viel. Ich habe eins zu viel. Guckt mal, wie toll. Ja, zehn Stück sollen da drin sein. Da sind zwölf drin. Ne, da sind nicht zwölf drin. Bin ich blöd? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da sind elf drin. Ich habe eins zu viel. Meine Güte. Ist das toll. Und ich habe auch keinen doppelt. Sie sagt ja, es gibt in manchen Sets eine Überraschung. Hihi, ich freue mich. Es ist so süß. Mein Handy erkennt die ganze Zeit überall Köpfe. Ah, toll. Und was auch mega cool ist, hier ist eins mit einem kleinen süßen Cupcake. Und im letzten Shop-Update gab es auch ein Cupcake-Set. Also das könnte man jetzt auch sehr gut miteinander kombinieren. Und die haben einfach so süße Augen. Die müssen auf jeden Fall beglazed werden. Und der Name ist hier wirklich Programm. Die sind so, so süß. Herrlich. Richtige Knuffelwuffels. Glückwunsch. So ihr Lieben. Ich habe jetzt noch mehrere Sets, aber das sprengt hier irgendwie langsam den Rahmen. Ich zeige euch jetzt noch zwei Stück. Die gehören noch zusammen. Und den Rest schiebe ich dann wieder in ein anderes Video, damit es nicht zu lange wird. Und zwar haben wir einmal Fritzis Freundin und Fritzi in Love. Wir fangen mit Fritzi in Love an. Fritzi in Love sind 14 Stück. Und die packen wir jetzt einmal aus. Und jeder, der Pinguine liebt, wird begeistert sein. So ihr Lieben, das ist jetzt das Set Fritzi in Love. Und guckt euch mal diesen kleinen süßen Spatz an, oder? Wir haben hier einen zum Valentinstag. Valentinstay steht auf ihrem Schildchen. Aber echt, wie die hier so süß auf der Schaukel schaukeln. Und dann jetzt einfach so einen Fall in Love Stempel da drüber. Perfekt. Also finde ich. Ich finde die richtig süß. Richtig, richtig knuffig. Ich kann mich daran nicht satt sehen, ne? Auch den kleinen Spatz hier. Richtig süß. Ich liebe niedliche Dinge, habe ich das schon mal gesagt? Blumen für dich. Herrlich. Perfekt. Richtig, richtig schön. So, und dazu haben wir noch ein passendes Set. Und zwar das Set Fritzis Freundin. Hier sind elf Stück drin. Und hier ist jetzt Fritzis Freundin unterwegs. Guckt mal, da ist sie. Ist sie nicht ein Träumchen? Also sowas von super knuffig süß. Also manche Motive sind sehr ähnlich. Also hier mit einem Cupcake hatten wir eben auch einen und auch einen mit einem Love Schild. Aber es ist einfach so goldig. Und vor allem so Sachen auf Wolken liebe ich. Oder mit Luftballons in der Hand. Muss ich Tina auch nochmal schreiben. Ich brauche mehr Tiere mit Luftballons in die Hand. Weil die kann man so schön in den Himmel setzen. Und dann einfach noch einen kleinen Spruchlein zu. Und hier auch toll mit den ATC-Bögen. Ne? So auf den Regenbogenhintergrund. In Pastellen. Nicht auf den Neon, den ich jetzt hier gerade liegen habe. Und ja. Finde ich richtig süß. Wie gesagt. Auch hier mit den Wolkchen. Das ist wirklich so, so super, super süß. Aber das mit den Boxen ist auch toll. Und das hier ist natürlich auch toll für eine Box. Manchmal macht man ja so Boxen in Boxen. Wisst ihr, was ich meine? Naja, vielleicht nicht unbedingt. Aber dann könnte man das halt super auf den Deckel von der kleineren Box da drin machen. So mäßig macht die erste Box auf. Da ist irgendwas Cooles drin. Und eine kleine Box. Und auf dieser kleinen Box sitzt dann dieser kleine Schnuffelpuffel. Fände ich total süß. Oh herrlich. Ja ihr Lieben. Ich packe das nochmal eben weg. So ihr Schnuffelpuffels. Ich habe euch jetzt sieben ATC-Bögen gezeigt. Und elf Die-Cut-Sets. Hier habt ihr nochmal die Wichtel. Die Hauselfenbande. Und hier habt ihr den ATC-Bogen. Neon-Regenbogen. Mit den Nachtflatterern. Richtig, richtig süß. Und es ist so niedlich. Und ich bin einfach wieder sprachlos, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, herrlich. Die Knuffelpuffels liebe ich. Die Hasen liebe ich. Und wie gesagt, ich hoffe ihr habt den Wink mit dem Hasen verstanden. Mal schauen. Sagt mir bitte unbedingt in den Kommentaren, ob es euch interessiert, wie ich die Dinge aufbewahre. Dann mache ich mal ein komplettes Video nur über meine Stanzteile vom Kreativhalter. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Aber wenn ihr sagt, interessiert mich nicht, dann sagt mir Bescheid. Dann kann ich mir die Arbeit dann auch wieder sparen. Und ja, ihr Lieben. Ich weiß, wir haben jetzt nicht ganz so viel gebastelt, wie ich eigentlich vorhatte. Aber eigentlich wollte ich auch gar nicht so lange drehen. Deswegen hoffe ich, dass euch die zwei kleinen Inspirationen zumindestens reichen. Guckt mal, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Die habe ich zwar nicht in diesem Haul gezeigt, aber die liegt hier noch. Meine Neon ATC. Die habe ich euch, glaube ich, in einem richtigen YouTube-Video gar nicht gezeigt. Also das beides waren meine Neon ATCs. Die Stanzteile hatte sie gemacht. Und den ATC-Hintergrund zusammen fand ich es ein bisschen too much. Und deswegen habe ich zwei Serien gebastelt. Finde ich mega, mega cool. So, da habt ihr zumindest drei Beispiele gehabt. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Produkte sind natürlich wieder unten verlinkt. Lasst ein bisschen Liebe bei der lieben Tina bei. Die gibt sich wirklich sehr viel Mühe für uns. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.